Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich mal wieder für euch in Warlords of Draenor unterwegs. Beziehungsweise, um das ein bisschen genauer zu bestimmen, bin ich hier in Tildor. Denn hier wollte ich euch zeigen, wie ihr ziemlich schnell euch einen neuen Begleiter für eure Garnision holen könnt. Und zwar, habt ihr ja gerade gesehen, habe ich hier diese Quest angenommen. Und nachdem wir die Quest angenommen haben, müssen wir hier diese zwei Geister besiegen. Und ja, ihr seht schon, ich bin hier mit meinem Rogue unterwegs, der sehr, 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 sehr untergeert ist. Deswegen war das hier schon eine kleine Herausforderung, diese zwei Gegner zu besiegen. Aber ihr seht, es hat dennoch geklappt. Und ja, wenn ihr das Ganze abgebt, dann, tadaa, kriegt ihr hier einen Begleiter. Bei mir ist der hier blau gerollt und ja, der ist immer Level 95, also sprich, schon mal einen Ticken höher gelevelt. Und denke ich mal, das ist eine der schnellsten Varianten, sich hier einen Begleiter abzustauen. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende von dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Beziehungsweise, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann könnt ihr mich abonnieren, indem ihr einfach auf dieses Pferd in der rechten oberen Bildschirmecke klickt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.